Guten Abend liebe Leute und herzlich willkommen zu Dead Space, einem neuen Let's Play Projekt, dass ich gerne auf meinem Channel starten möchte, jetzt habe ich hier die ganze Zeit so ein leises Geflüster in den Ohren, das mich ein kleines bisschen aus dem Konzept bringt, jetzt schon bevor das Spiel überhaupt angefangen hat. Was passiert hier? Ähm, das war eigentlich nicht das, was ich hier in meiner Einführung zeigen wollte. Und das ist auch nicht passiert, als ich eben schon einmal eine kurze Probeaufnahme gemacht habe. Äh, man sieht hier, denke ich, schon worauf das Ganze hinausläuft. Dead Space, denke ich, werden die meisten irgendwo kennen, vielleicht das Spiel nicht gespielt haben, aber zumindest der Name wird irgendwo ein Begriff sein. Ja. Horror, Action, Konsolenport, äh, ja. Ich bin mir gerade schon wieder gar nicht mehr sicher, ob das hier wirklich so eine tolle Idee ist, dass ich das anfange. Aber gut, ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal, beziehungsweise ich versuche das einfach mal. Ursprünglich wollte ich ja eine kleine Wahl abhalten. Ich drücke mal lieber eine beliebige Taste und gehe in das richtige Hauptmenü, bevor das gleich nochmal von vorne anfängt. So, also jetzt nochmal herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar von Dead Space. Wir spielen den ersten Teil. Natürlich, ich habe das persönlich noch nie gespielt. Ich weiß natürlich, worum es in dem Spiel geht und so weiter. Es gibt ja inzwischen drei Teile davon. Aber dieser Teil, wie auch die anderen drei, hängen schon eine ganze Weile bei mir irgendwie in der To-Do-Liste. Und da habe ich mir gedacht, hey, wie wäre es, wenn wir einfach dieses hier spielen? Denn ursprünglich wollte ich das Ganze ja zur Wahl stellen, was wird mein nächstes Let's Play-Projekt. Aber irgendwie, ihr seid alle so gemein zu mir. Ich habe mir schon gedacht, ich brauche die Wahl gar nicht machen. Das dauert eh viel zu lange. Es wird sowieso Dead Space werden, weil er mich dann schreien hört wie ein kleines Mädchen. Und deshalb, naja, spielen wir jetzt einfach mal Dead Space. Und hoffen mal, dass es vielleicht nicht ganz so schlimm wird, wie ich es erwarte. Ich persönlich habe sehr, sehr, sehr böse Vorahnungen. Ja, auch eben schon kurz angemerkt, das Ganze ist ein Horrorspiel und ein Actionspiel. Sprich, irgendwie ein bisschen gruselig soll das Ganze sein. Ein bisschen ist gut. Und halt mit ein bisschen Geballer. Ich habe den Raum komplett abgedunkelt. Das heißt, wir spielen jetzt einfach mal hier komplett im Dunkeln. Normalerweise tue ich das ja nicht. Da habe ich immer noch so den zweiten Monitor laufen. Auch den habe ich heute einfach mal abgeschaltet. Wir haben ja alles komplett abgedunkelt. Und ich bin schwer, schwer gespannt. Ja, was bleibt mir noch anderes zu sagen? Herzlich willkommen und viel Spaß bei Dead Space. Oh Gott, ob das so eine clevere Idee ist. Wir spielen auf Mittel, würde ich sagen. Das einfach wird bestimmt irgendwie so ein Gatewalk. Und schwer wird mich dann noch in den Wahnsinn treiben, noch bevor ich einen Herzinfarkt kriege durch die ganzen komischen Schreckmomente. Ja, also spielen wir einfach auf Mittel. Led. Zumindest steht das da oben rechts irgendwie. Zielgraf, ich kann das alles gar nicht so schnell lesen. Sieht alles sehr physikalisch aus, was hier abgeht. Irgendwelche sehr interessanten Geschichten. Shockpoint, was auch immer. Ja, ich habe keine Ahnung, worum es hier geht. Also in diesem Bild. Oh, ah, das ist hell. Mach das weg. Electronic Arts präsentiert. Eine EA Redwood Shores Produktion. Dead Space. CC Mission ER 529 Status Update USG Kallion unterwegs zum Aegis-System. Primäre Besatzungsmitglieder Isaac Clark, Spezialist für Technik und Schiffssysteme. Kendra Daniels, Computerspezialistin und weiter komme ich nicht. Ich bin's. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Es tut mir alles so schrecklich leid. Ich wünschte, ich könnte mit dir auf jeden Fall reden. Ich will es besser sein. Es kommt zu glauben, was hier vor sich geht. Ist schon seltsam. So ein kleines Ding. Wie oft hast du dir das schon angesehen? Sie scheint dir wirklich zu fehlen. Keine Sorge, wir sind fast da. Und sobald wir an Bord sind, kannst du sicher nach ihr sehen. Hört sich an, als hättet ihr eine Menge nachzuholen. Das ist die USG Ishimura. Die USG Ishimura. Das größte Abbauschiff seiner Klasse. Und scheinbar waren sie schon fleißig. Warum ist denn alles dunkel? Man sieht nicht ein einziges Licht. Corporal, bringen Sie uns weiter rein und rufen Sie sie. Passen Sie auf das Trümmerfeld auf. Wir sind hier, um ihr Schiff zu reparieren, nicht unseres. Dieses Raumschiff sollten wir finden. So zumindest der Plan. Bitte kommen, Ishimura. Sie müssen das Signal verstärken wegen des Energieproblems. Ja, das sind wir. Signal verstärken. Noch mehr. Ich habe noch nie von einem kompletten Kommunikationsausfall auf einem der Dinger gehört. Bei tausend Leuten an Bord müsste doch irgendjemand ein Handy nehmen und... Haben die einfach keine Smartphones? Was ist das? Ein defektes Array, wie wir erwartet haben. Ich tippe auf ein Problem mit dem Encoder. Bringen Sie uns da runter, dann kümmere ich mich mit Isaac darum. Dürfte nicht länger dauern als 48 Stunden. Sie haben die Lady gehört. Bringen Sie uns rein. Mal sehen, was wir tun können. Gravitationsstrahl aktiviert. Automatisches Andockmanuele ein. Ach okay, das soll so sein. Ich war... Das sollte aber nicht so sein, oder? Sir, die Andock... Leute, kriegt ihr das hin? Ich kann nicht aufstehen. Ich würde euch ja gerne helfen, aber... Ich darf nicht. Autsch. Klassisches Szenario. Wir stürzen auf einem anderen Raumschiff ab. Und da ist bestimmt ganz viel böser Kram. Ach okay, guck mal. Das geht ja gerade noch. Ich habe mir dabei gedacht, wollten Sie uns alle umbringen? Ich habe zurück in die Nachricht gerechnet mit Standherz. Hätten wir das Manöver bei der Distanz abgebrochen, wären wir direkt in die Ishimura gekracht. Kommen Sie also wieder runter und dann an die Arbeit. Corporal, erstatten Sie Bericht. Der Portbooster reagiert nicht. Und wir haben den Autopiloten mitsamt Kommunikation verloren. Wird eine Weile dauern, das zu reparieren. Organisieren wir uns noch ein paar Helfer im Besatzungsraum. Ach, du glaubst doch selber nicht, dass die noch leben, wa? Halt still, Isaac. Ich synchronisiere gerade alle Ricks mit dem Schiff. Okay, fertig. Da tut sich was auf meinem Rücken. Also, wir haben immer noch einen Job zu erledigen. Es geht los. Darf ich jetzt gleich selber? Ja? Guck mal, der hat da so ein Display unten am Kinn. Also, nicht am Kinn, am Brustkorb, aber so. Ne? Wenn er nach unten guckt. Dann, ne? Ah, Aufgabe hinzugefügt. Und wir dürfen selber. Okay. Wir sind mehr oder weniger abgestürzt, wobei das Raumschiff noch halbwegs intakt aussieht. Das sind wir. Der Typ, der da so ein bisschen mit seinem Helm fancy. Fancy, Isaac. Und das da auf dem Rücken, das ist unsere Energieanzeige. Unsere Lebensanzeige. Moment. Nein, wirklich. Wenn ich renne, bewege ich mich schneller. Das ist clever. Das Spiel kommt nämlich sonst ohne irgendwelche Interfaces aus. Zumindest das meiste, denke ich. Dass da hinten ist, wie gesagt, unsere Lebensenergie. Dass daneben ist dann auch noch irgendwas, wobei ich nicht genau weiß, was es ist. Und alle anderen Anzeigen sind irgendwo ja, im Spiel quasi selbst auf irgendwelchen Anzeigen untergebracht. Das heißt, wir kriegen keine UI-Elemente oder sowas. Das wird alles irgendwie in das Spiel rein manövriert. Guten Tag. Sie haben nicht die Verbindung zum Portbooster verloren. Sie haben den Portbooster verloren. Was ist ein Portbooster? Ich weiß, ich sollte eigentlich irgendwie Ingenieur sein und das wissen, aber was ist ein Portbooster? Ich schätze, hier ist nirgendwo mehr Saft. Isaac, gehen Sie da rüber und hacken Sie die Türsteuerung. Was? Ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Ähm. Ah, okay. Schalter benutzen, Türen öffnen mit E. Ein blaues Hologramm kann ich... Also das da kann ich nicht, weil das ist rot. Da steht auch verschlossen dran. Flöp. Dirt, dirt. Und... Ich weiß nicht, was ich da gerade umgeschmissen habe, aber das kann ich öffnen. Awesome. Funktioniert ja schon mal super. Da leuchtet was auf dem Boden. Ist das Loot? Kann ich das einsammeln? Das Spiel soll doch auch ein bisschen sowas wie Loot haben oder so, habe ich gehört. Das macht es ja eigentlich erst interessant, dass wir rein spielen ohne Loot. Guck mal, die haben auch alle Lebensenergie auf dem Rücken. Also ein bisschen anders als ich. Nur die nicht. Warum hast du das nicht? Oder? Hast du das doch? Dreh dich mal um, bitte. Nein, hast du nicht. Hast du sowas? Moment. Ja, du hast auch sowas. Ich empfange keinerlei Signale. Die Sicherheitskonsole ist noch aktiv. Isaac, loggen Sie sich ein und sehen Sie nach, was Sie finden kann. Kendra, Sie bringen den Aufzug wieder zum Laufen. Ähm. Geht nicht. Wir haben keinen Saft. Dann leiten Sie die verdammte Energie um. Hören Sie. Wenn wir alle zusammen kommen, kommen wir schneller hinter diese Sache. Kommen Sie, Isaac. Wir bringen das Computer-Display online. Ich wollte gerade sagen, ich fände es schön, wenn mich einer mit einer Knarre begleitet. Ähm. Aufgaben. Mit dem Lokalisierungssystem finden Sie Ihr nächstes Einsatz. Ziel B. Lokalisierer. M. Kartenbildschirm. J. Aufgabenbildschirm. Oh, das ist ja fancy. Guck mal. Mit B kann ich da... Aha. Kartenbildschirm. Oh Gott. Oh Gott. Also man sieht das hier. Das ist so ein Interface. Das hat sich Isaac da so tatsächlich aufgemacht. Der guckt auch in die Richtung, wenn man sich das hier mal so anschaut. Das ist also ein tatsächliches Interface im Spiel. Da steht sogar unten, was ich alles drücken kann. Ähm. Ich seh doch jetzt schon, dass ich das nicht blicken werde auf Dauer, oder? So, dieses dreidimensional... Ach, du gute Güte. Kann ich da oben auch noch irgendwie... Ach, ich kann das drehen. Ich kann auch... Das ist ja super. Bringt mich aber auch nicht so richtig weiter, muss ich sagen. Okay. Und der Aufgabenbildschirm. J. Ebenfalls hier in das Spiel integriert. Okay. Da gibt es mehrere Missionen. Das ist mir gerade alles egal. Ich soll in diese Richtung. Hat mir der Lokalisierer gesagt. Also mach mal auf hier. Da ist Blut auf dem Boden. Möchtest du vielleicht vorgehen? Hier, äh, du? Nicht? Dann gehe ich vor. Äh, wollte der nicht mitkommen? Das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Idee. Moment, da sieht es so aus, als könnte ich da was drücken. Schadensbericht. Guck mal. Schadensbericht laden. Ja, bitte doch. Das sieht nicht gut aus. Sie ist ganz schön ramponiert. Oh ja. Das Monorail-System ist offline. Wird schwierig, sich hier zu bewegen. Die Luft scheint wieder zu zirkulieren. Wäre ja mal ein Anfang. Ähm. Was zum Teufel war das denn? Die automatische Quarantäne muss ausgelöst worden sein, als das fette System wieder angesprungen ist. Also ganz locker bleiben. Ähm. Was war das? Haben Sie das ge... Ich bin mir nicht sicher. Was zum Teufel? Ähm. Scheiße, irgendwas ist hier miteinander raus. Ähm. Dude, da ist jemand hinter dir. Ähm. 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 Ich gehe mal. Komm. Eil dir. What the... Lauf. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Autsch. Das gibt es viele Leute. Ja, ich bin unterwegs, aber ich kann nicht. Mach. Tür. 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 Komm. Gib Gas. Tür. Zu. Bitte. Ähm. Der Aufzug fährt nicht. Ähm. Nein. Geh sterben. Nein. Ich will nicht. Das sah nicht schön aus. Ähm. Können wir jetzt bitte wieder gehen? Vielleicht. Ich möchte wieder zu dem Raumschiff. Ich möchte wieder gehen. Oh, hier sind alle tot oder was? Also da ist auf jeden Fall einer tot. Ähm. Ich höre Sachen. Was ist das? Plasma Cutter. Ähm. Waffen. Zielen sie auf die Gliedmaßen von Feinden, um zusätzlichen Schaden zuzufügen. Zielmodus. Okay. Da steht jetzt meine Munition. Oh Gott, das ist aber... Das ist aber schwerfällig hier. Muss ich mal gerade sagen. Eieieiei. Okay. Naja. Okay. Ich denke, wir kriegen das irgendwie hin. Schlagen und aufstampfen. Huch. Ähm. Entschuldigung. Okay. Okay. Hm. Der Typ hängt irgendwie an mir. Na ja, gut. Ähm. Das sieht doch aus, als wären das tatsächlich. Lootkisten. Haha. Zack. Zack. Zugeben, dass... Oh. Das wollte ich nicht. Zugeben, das habe ich schon mal wo gesehen. Ähm. Sind das da auch die Leuchten? Nämlich auch. Das sind doch bestimmt auch irgendwie so. Nicht? Oh. Aber man kann sie aufmachen. I see. Da steht zwar kein E dran, aber man kann da ein E benutzen. Ich muss zugeben, ich habe schon ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen angefangen. Ich habe eine Testaufnahme gemacht. Sonst hätte das nämlich nicht funktioniert hier. Ähm. Ich muss ja zumindest gucken, ob das funktioniert. Was haben wir denn hier? Ich kann das nicht aufmachen, ne? Nö. Wo sagt denn das Ding, ich soll da durchgehen? Soll ich vielleicht hier drauf schießen? Oh Gott, das bewegt sich ja furchtbar schwerfällig. Moment. Da muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich das irgendwie verbessern kann. Eine Sekunde. Okay. Fazit meiner kurzen Suche. Nein, ich kann das nicht verbessern. Ich kann mich so wunderschön umsehen, aber ich scheine dann tatsächlich hier mich nicht wahnsinnig weit bewegen zu können, sondern ich mache Ziele, versuche erstmal so zu zielen und dann halt immer in diese Richtung den Schießmodus zu aktivieren oder so in der Art wenigstens. Moment, jetzt habe ich gerade noch gesehen, hier steht was. Cut off their limbs. Ah. Okay. Da steht sogar, dass ich also, also, ne, das bedeutet, ich soll ihre Gliedmaßen abschießen. Außerdem ist mir aufgefallen, zack, ich kann das Ding drehen. Das ist natürlich schön, weil das sieht irgendwie so aus, als würde mir das irgendwie helfen. Lad mal nach. Komm, ich weiß nicht, wie viel Munition wir haben, aber lad mal nach. Oh, oh. Da ist einer. Stirb. Stirb. Ich habe keine Ahnung, wie viel die aushalten. Ei, 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 ei. Ist es tot, ja? Tritt mal drauf. Dankeschön. Okay, hierhin habe ich nämlich auch noch nicht gespielt. Ich habe das jetzt kurz ausprobiert und so weiter vorhin bei meiner Testaufnahme, aber mehr habe ich dann auch noch nicht gesehen. Ähm, da sind Blutspuren auf dem Boden. Das macht mir Sorgen. Ich habe auch irgendwie keine Möglichkeit, mich wahnsinnig schnell umzudrehen oder so. Das heißt, Schock und Panik-Momente sind irgendwie fortprogrammiert. Ich habe irgendwie ein bisschen Sorgen. Da hinten ist was. Hier ist auch was. Gehen wir erstmal hier runter. Da war einer. Hier ist so ein komisches Ding auf dem Boden. Was haben wir hier? Ein Medi-Pack. Anzeige. Okay. Das kriege ich hin. Benutz mal. Sehr gut. Da unten liegt noch was, aber ich habe das Gefühl, da kommt gleich einer um die Ecke. Nicht ein Audio-Lock. Hier spricht Benson. Alle mal herhören. Sie benutzen die Lüftungsschächte. So bewegen Sie sich durch das Schiff. Bleibt weg von dem... Achtung! Zurück! Zurück! Aaaaaah! Lüftungsschächte, hä? Das ist ein bisschen wie bei Alien. Das ist kein Lüftung. Habe ich sowas wie eine Taschenlampe oder so? Ach, hier geht das Licht automatisch an. Sieh mal an. Ähm. Was ist das hier? Das leuchtet... Achso, guck mal, das ist so ein Wandgerät. Ach. Komm, ne? Wer ist... Achso. Guck mal. Sieht so aus, oder? Wir müssen jetzt zur Brücke, aber dafür müssen wir erst das Monorail-System reparieren. Ach, guck mal. Sie sind doch irre, Hammond. Sie werden uns alle umbringen. Wenn Sie auf mich hören, werde ich Sie hier rausbringen. Also, was ist jetzt mit der Monorail? Ich habe hier so eine Steuerung. Die Platine ist durchgeschmort, aber im Wartungssektor sollten wir Ersatz finden. Der Tunnel wird außerdem von einer defekten Monorail blockiert, die repariert werden muss. Mhm. Mist. Alles ist auf der anderen Seite der Quarantäne. Wir kommen nicht hin. Äh, da, wo ich bin. Klingt nicht unbedingt nach einem fairen Deal, finde ich. Okay. Aufgabe ändern? Wieso Aufgabe ändern? Habe ich mehrere? Nö. Hä? Ach, doch hier. Oder? Nein. Das checke ich nicht, aber ist eigentlich auch egal. Ähm. Ach, da hinten sind die ja sogar. I see. Guten Tag. Ähm. Monorail anfordern. Offline. Das ist schlecht. Guck mal. Ah, eine Speicherstation. Das gefällt mir. Erstmal speichern. Ähm. Da bitte. Dankeschön. Guck mal, das sieht doch so aus, als könnte ich hier irgendwelche Sachen aufmachen, ne? Tatsächlich. Plasma-Energie und Midi-Pack. Wie gesagt, das ist so ein bisschen hier mit Loot und Munition und so. Man hat nicht unbedingt unendlich von allem. Also gerade von diesen Midi-Packs. Die kann ich natürlich beliebig einsetzen, wie ich da Spaß dran habe, aber die sind halt irgendwo begrenzt. Jetzt muss ich mal gerade hier. Mir macht das nämlich alles so ein kleines bisschen Sorgen. Ich weiß nicht genau, wo ich, wo muss ich, wo muss ich denn hin? Ich muss nach da. Aber da kann ich lang. Und da vorne liegt irgendwie so ein, so ein, so ein Loot. Ding, da war ein Schatten. Ich habe ihn genau gesehen. Und damit kann ich zuschlagen. Das ist vielleicht auch ganz nett. Okay. Und da hinten liegt noch irgendwas rötliches. Dude, du bist gerade noch gelaufen. Du willst mich verarschen. Ich weiß das doch. Ist da noch eins? Nö. Okay. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass noch von hinten irgendwas kommt. Plasma-Energie. Ich glaube fast, ich habe mehr verschossen. Also an dem Vieh hier jetzt. Stirb. Da liegt noch was. Er hat was. Oh, das wollte ich gar nicht. Ähm. Das ist schon wieder eine Speicherstation. Die wollte ich nicht. Ich wollte die Plasma-Energie aufheben eigentlich. So. Und dieses Medi-Ding will ich haben. Und ich muss immer noch da hinten lang. Da vorne liegt, ich weiß nicht, was es ist. Aber da liegt irgendwas. Noch ein Audio-Lock. Oh, guck mal. Das sieht doch aus wie ein Lüftungsschacht. Da kommt bestimmt gleich einer raus. Wir sprechen jetzt von der Honorail-Technik. Wir haben was rausgefunden. Das hat einen umgelegt. Es hat keinen Zweck, auf Ihren Körper zu schießen. Ihr müsst die Gliedmaßen abschneiden. Schnappt euch einen Cutter oder sowas und dann zerlegt sie. Okay. Okay. Werde ich tun. Oder es zumindest versuchen. Eieiei. Okay. Wir müssen hier vorne hin. Auf und einen Schritt zurück. Ja. Bin ja nicht ganz blöd, ne? Horror-Spiele und so. So ein bisschen kann ich das ja. Schauen Sie vorsichtig, Isaac. Es bringt nichts, wenn Sie auf die Körper schießen. Ziehen Sie auf die Gliedmaßen. Zerstückeln Sie sie. Das sollte funktionieren. Okay. Habe ich doch eben schon. Was denn? Wenn Sie Gegner Gliedmaßen abtrennen, sparen Sie Munition und bewegen mehr Schaden. Trennen Sie Gliedmaßen ab, um Gegner schneller zu töten. Zerstückeln Sie Gegner, um sie zu verlangsamen. Ja, das habe ich ja eben schon gemacht. Ich habe mal versucht, die Beine kaputt zu schießen, weil ich dachte, dann sind die vielleicht langsamer. Das wäre clever. Kann natürlich auch blöd gewesen sein, aber das Spiel sagt mir auch, ich soll Gliedmaßen abschießen. Okay. Da vorne liegt was. Das würde ich eigentlich ganz gerne haben. Das sind Credits. Tausend sogar davon. Credits heißt wohl, ich kann mir später auch noch irgendwo was kaufen. What the hell? Macht da so ein Geräusch? Ich höre die ganze Zeit irgendwas. Oh, der hat es nicht geschafft, würde ich sagen. Was haben wir hier? Mehr Credits. Und was ist ein Stasemobil? Was ist ein Stasemobil? Was auch immer es ist, es ist das, was da gerade auf meinem Rücken noch zusätzlich angegangen ist. Ähm. Oh. Hey. Ich glaube, ich verstehe. Was ist das hier? Die Tür scheint nicht zu funktionieren, Isaac. Versuch mal das Stasemodul, das du gerade aufgehoben hast. Was ist das hier? Ach, guck mal. Das sieht so nach wieder aufladen aus. So ungefähr? Komm. Blöck. Heldet ihr. Ich weiß nicht, was dieser Körper da gerade macht. Ich bin eigentlich nur drüber gelaufen. Aber sehr interessant. Was ist da vorne wieder ein Lüftungsschacht? Das sieht so aus. Er hat nämlich eine andere Farbe. Stasemack. Und das ist eine Speicherstation. Ei, 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 ei. Das sind mir zu viele Gänge gerade. Die können von überall kommen. Neue Zugänge. Na gut. Von mir aus. Äh. Wo soll ich denn hin? Ich soll... Ach, ich soll nach da. Nee, dann gehen wir erst mal wieder hier hinten rum. Oh. Shit. Da ist auch noch irgendwas. Alter. Alter, ist hier gerade das Licht ausgegangen. Ähm. Leute, ich seh nichts mehr. Und ich kann... Oh, crap. Ich kann so nicht wirklich zielen, wollte ich mal so anmerken. Also, ich kann nicht hier so durchlaufen mit der erhobenen Waffe. Das funktioniert so leider nicht. Weil dafür ist das zu schwerfällig hier. Man sieht das vielleicht nicht. Aber ich bewege... Das hier ist eine komplette Bewegung über mein... Meinen Mausplatz, den ich habe. Wenn ich so mache, dann ist das eine... Fast eine komplette Umdrehung. Aber das geht so nicht. So einfach. Da liegt noch was. Aber irgendwie... Das Gefühl, hier kommt gleich auch irgendwas. Oh, crap. Mag euch alle nicht. Geht doch alle sterben. Was haben wir hier? Da liegt noch was. Dreh dich fix um. Falls dir was entgegenkommt. Oh, Gott. Ich mag nicht. Dritt ist kaputt. Wir nehmen die Plasma-Energie. So, und jetzt gehen wir nochmal speichern. Ich habe keine Ahnung, ob das Spiel irgendwie so respawnende Gegner oder sowas hat. Sprich, wenn ich zu lange irgendwo rumeiere, ob dann mehr Gegner oder neue Gegner kommen oder so. Ich habe, ich habe keine Ahnung. Werkstatt. Monorail, ne? Das ist ja super. Ähm. Da haben bisher erstaunlich wenige Gegner da. Bitte was? Sitzt ihr die Stase ein um Objekte? Weiß ich nicht. Aktivieren. Kralle gelöst. Moment. Ich gehe erstmal kurz gucken. Erstmal gucke ich mich hier um. Stase Station. Zug, Reparatur. Fehlfunktion. Ähm. Mhm. Da hinten liegen tote Dudes. Und da wollte das Spiel dringend in Windows zurückgehen. Ich habe keine Ahnung, warum, aber es hat es getan. Ich, äh, hinterfrage das mal. Nicht weiter, sondern... Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ist da noch irgendwo was? Huhuhuhu. Wow. Ich zertrete ihn mal lieber. Ein Audio-Log. Oh, das ist ja schön. Und ein Medi-Kid. Wir haben ihn 20. Pro geschafft, aber jetzt ist der Verlader hinüber. Ich brauche hier unten sofort ein Stase-Modul. Wenn wir das Scheiß-Ding nicht von den Schienen kriegen, wird es das ganze System lahmlegen. Ha. Flup. Ja, und nun? Oh. Ähm. Es macht irgendwelche Geräusche, aber ich habe ungefähr eine Idee, glaube ich, was ich tun soll. Und dann wahrscheinlich das Ganze auf der anderen Seite auch noch. Na, komm. Nein. 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 Verdammt. Boah, das sind wir auf beiden Seiten. Oh shit. Ins Gesicht, mein Freund. Von wegen. Von wegen. Er hat einen Loot fallen gelassen. Deswegen nehme ich einfach mal an. Er war tot. Ach, guck mal. Der andere. Ah. Der andere geht gar nicht zurück. I see. Also machen wir das jetzt so. Und sich ja erstmal nochmal das komische Stase-Modul so. Na komm, mach. Zack. Ha. Funktioniert doch. Ähm. Bitte warten? Bist du das Wahnsinn? Da kommt bestimmt gleich. Flücher. Ähm. Du hast es geschafft. Die Monorail hat das gesamte System blockiert. Wenn du den Computer wieder online hast, kannst du die Monorail aus dem Kontrollraum rufen. Je schneller, desto besser. Ich höre da draußen was rumkriechen. Ja. Ich äh. Ähnliches. Deswegen will ich auch da hinten ist einer. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass da vorne gleich auch noch einer kommt. Von da. Pass mal auf, Junge. Du. Gehst jetzt bitte drauf. Da ist gerade keiner, ne? Nö. Dann. Auch mal. Nein. Zertritt ihn. Danke. So. Loot gab's. Jetzt gehe ich wieder weiter. Ich höre was. Oder war ich das selber? Ich weiß es nicht. Was war das? Was war das denn? Energieknoten. Okay. Von mir aus auch ein Energieknoten. Jupp. Ich muss ja persönlich sagen, wenn die Gegner erstmal da sind und ich sie sehe und beschießen kann. Ich höre was. Ich höre noch mehr. Ich weiß nicht, wo der Gegner ist, aber irgendwo ist etwas. Also ich muss ja sagen, wenn ich erstmal den Gegner sehe und auf ihn schießen kann, dann... Was ist das denn? Ich höre mal. Zack. 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 Was ist das denn? Wie? Was ist das? Alter. Geh kaputt. Bah. Was war das denn für ein Ding? Na komm. Zertritt ist ordentlich. Doch. Und das bitte auch nochmal. Nein, komm. Zertritt ist. Dankeschön. Keine Ahnung, was das jetzt nochmal wieder für ein Gerät war. Warum hat der andere nichts... Der andere hat nichts fallen lassen. So blöd. Also was, was ich eigentlich sagen wollte. Wenn ich erstmal drauf schießen kann und den Gegner sehe, dann habe ich überhaupt kein Problem mehr damit. Und so. Ich habe mich ins Sicherheitssystem des Decks gehackt. Es hat etwas gedauert, aber ich konnte die Tür zum Wartungssektor öffnen. Die Platine sollte irgendwo da drin sein. Ich werde immer wieder unterbrochen, ne? Also ich habe keine Probleme, wenn ich die Gegner sehe und drauf schießen kann. Ich habe nur Probleme, wenn ich die Gegner nur höre. Oder, oder, naja, irgendwie sowas in der Art. Oder halt sie nicht sehe. Das sind immer die Sachen, die mich wirklich, wo ich wirklich Probleme mit habe. Moment, ist das hier nicht? Da komme ich doch wieder, oder? Sind das wo eben die? Genau, da wo die eben da drüben waren. Ha, awesome. Dann kann ich nämlich hier jetzt erstmal speichern. Hatte ich gehofft, oder so. Moment. Ne, da bin ich falsch. Hier kann ich speichern. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt erstmal speichern. So. Einmal bitte. Moment, das finde ich ja cool. Das passt irgendwie dazu, dass dieses Menü so aufgebaut ist, finde ich. Sehr, sehr cool. , das finde ich kalt. Vielen Dank.